Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Minecraft. Ich bin gerade tierisch gut gelaunt und ja, ich denke, wir werden heute jede Menge Spaß haben. Ich hoffe es zumindest. Ich bin hier in diesem Haus und nicht oben, wo wir letzte Folge aufgehört haben, weil ich hier kurz ein Resource Pack getestet habe, und zwar ein Weihnachts-Ressource Pack. Das ist aber doch relativ modifiziert, dadurch eignet es sich nicht unbedingt für eine gewöhnliche Aufnahme. Aber es hat für eine Folge, die heute noch kommt, und ich glaube, die kommt sogar jetzt auch um dieselbe Zeit. Also, wenn ihr dieses Video angeguckt habt, könnt ihr mal gucken, was ist denn noch hochgeladen worden. Könnt ihr mal gucken, was ich denn da meine. Ja, und warum bin ich so gut gelaunt, der liebe J.K.L. Ich weiß nicht, kann mir den Namen leider immer so schwer merken. Auf alle Fall ein ganz lieber Abonnent von mir hat mir heute geschrieben, so Hey, wusstest du, dass sich Hany und TubeStars erwähnt haben? Und ich so, hä, TubeStars? Mir sagt das nichts. Und das ist, ähm, also ich habe erstmal nach einem Video geguckt. Das ist eine Zeitschrift, und ich wusste nicht, dass es eine YouTube-Zeitschrift gibt, also eine, die es im Laden zu kaufen gibt. Ich wusste, dass es die von let'splay.de gibt. Aber dass es wirklich eine im Laden gibt, weil let'splay.de kannst du ja nur runterladen, das wusste ich nicht. Und, ähm, habe ich natürlich sofort gekauft. Und, ja, das ist, äh, wow. Ich, ähm, das ist für mich so eine Riesenehre von einer so grandiosen, ich meine es wirklich ernst, einer so grandiosen, äh, äh, YouTuberin namentlich erwähnt zu werden. Das ist für mich eine unheimlich große Ehre, weil ich, ich vergöttere ihre Art und Weise, wie sie let'splayt. Ich liebe es einfach, wie sie immer gut gelaunt ist, und ich finde es einfach tierisch krass, und ich wusste, dass es neuen Sinn. Und dass, dass sie mich halt dann auch erwähnt, äh, äh, unter der Frage, glaube ich, war es, was ihre Lieblings-YouTuber sind, oder? Ich glaube schon, warte, ich packe mal kurz mein Handy. Ich habe mir das nämlich abfotografiert, weil ich es ja gleich mal auf Instagram, äh, gepostet habe. Oder ich habe es ja gleich mal falsch genannt, äh, äh, Stars-Tubes heißt natürlich nicht, äh, 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 Tube-Stars. Ach, verdammt. Dann halt Stars-Tube! Und zwar war es die Frage, äh, Moment, rein zoomen, ähm, Moment, hier, was sind deine Lieblings-Let's-Playerinnen? Und ich bin, ich bin geflasht. Nenn wir es geflasht. Ich habe kein Bett dabei. Oh, ich werde das so bereuen. Jetzt wird es nachts und ich habe kein Bett dabei. Ich, ich war geflasht, als ich das gesehen habe. Okay, dann heißt Stars-Tube. Muss ich danach gleich verbessern nach dieser Folge. Ups. Äh, ich muss sowieso zurück und Kohle holen. Kann ich das jetzt noch verbessern? Kann ich das? Ich könnte... Uah! Ich könnte es. Ich bleibe jetzt hier stehen. Verstecke mich hier. Guck mal, wer kommt. Kommt da! Kommt da! Ähm, Moment. Ja, jetzt ist es auch schon zu spät. Jetzt habe ich es schon so gepostet. Das ist auch wurscht. Und wenn, dann kann ich das auch nach der Aufnahme machen. Das sind Dinge, die genauso auch warten können. Hallo, Spinne! Tschüss, Spinne! Bye, bye! Ich bin schon wieder weg. Haha! Und ich habe wieder Musikhalter reingepackt, weil ich die Musik einfach so dermaßen liebe. Oh, 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 oh. Du siehst mich nicht. Du siehst mich nicht. Äh, Creeper sieht mich nicht. So. Und ins Bett. Schnell ins Bett. Schnell! So. Gut. Hat funktioniert. Das war Starstube. Ich kann die Zeitschrift nicht mal richtig benennen. Jetzt auch in ihrem Zeitschriftenhandel. Aha. Ach, wow. Es ist, ähm, krass. Die Frau ist generell krass. Ähm, davon abgesehen. So oft, wie sie mich schon supportet hat. Das ist immer wieder heftig. Ähm, Wahnsinn. Aber das soll ja auch eine unbedingt Thema der Folge sein. Ähm, so. Mal hier das noch packen. Das ist, äh, wow. Bin mal gespannt, was so ein Partner sagt, wenn er von der Arbeit heimkommt. So, jetzt im Moment. Whee! Boom. Oh. Essen. Hat das mir nur ein halbes Herz abgezogen? Federfeil ist schon for the win. So. Da-dan-dan-dan. Da-dan-dan-dan-dan-dan-dan. Ach, natürlich brauche ich noch Klarscheiben, weil letztens habe ich ja noch welche gebrannt für das Haus und nicht so viel. Äh, doch. Ich habe ein bisschen mehr gebrannt. Das ist ja gut. Ich brauche ja eh Glasscheiben. Ich hätte doch nicht so viel Kohle gebraucht. Ich dachte, die anderen Räume wären noch nicht fertig gewesen. Dann sind sie doch fertig. Okay. Egal. Lieber zu viel als zu wenig. So, jetzt ist die Frage, was machen wir die Hausmauern? Können wir die ja aus dem hier machen? Das sieht doch dem nicht aus, oder? Die Zimmerwände. Will ich eher den Boden draus machen? Können wir das doch mit Schnee machen? Ja, wir könnten es. Ich glaube, so schlecht sieht das mit Schnee gar nicht aus. Und hier machen wir dann Teppich rein. Da sieht das auch nochmal so hässlich aus. Dann machen wir jetzt hier zumindest schon mal die Zwischenwand. Ach so, stimmt. Ich habe mich beide im einen Turm verbaut. Hat mir jemand auf, ich glaube, Twitter oder Facebook geschrieben. Oh, tatsächlich hier. Oder? Ja, hier habe ich mich verbaut. Danke für die Info. So, sehr schön. Wahrscheinlich hast du das gemeint, oder? Dass ich mich dort verbaut habe. Ich glaube schon. So, hier würde ich den Boden in dieser Farbe machen. Das sieht sicherlich ganz interessant aus, wenn dann die Decke in dieser Farbe ist. Mal gucken gehen. Oh, ich glaube, das hat was, die Decke in dieser Farbe. Ja, doch, ich glaube, das könnte durchaus ganz hübsch aussehen. Da müssen wir natürlich hier dann auch irgendwann eine andere Beleuchtung reinpacken. Deswegen packe ich die Fackeln nicht an die Wand, sondern... Oh, doch, hier muss noch Kohle rein. Sondern auf dem Boden. Ähm, damit ich daran denke, dass hier eine anständige Beleuchtung rein muss. So. Und hier noch Kohle. Okay. Gut. Kohle! Oh, die reicht. Könnte knapp werden. Schauen wir mal. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Die reicht. So gerade noch. Oder einer vielleicht, einer zu wenig. Dann machen wir die Kohle einfach noch hier weg. Dann reicht es definitiv. Wie ich mich kenne, werde ich jetzt unten rauskommen. Jo, komme ich auch. Ach komm. Machen wir das hier einfach noch weg. Zumindest das hier. Cobblestone habe ich auch noch. Das muss nochmal irgendwann demnächst ausgebessert werden. Komm, machen wir das auch. Sieht von außen zwar wahrscheinlich ziemlich scheiße jetzt aus. Wie hier dann, ups, Cobblestone zu sehen ist. Aber egal. Komm schon. Das ist Style. Das ist voll stylish. Ähm. Ha. Ha. Äh, wird nix. So. Mhm. Mhm. Und das machen wir da hin. Und fupp. Sehr schön. So. Dann müssen wir hier jetzt noch. Zumachen. Sehr gut. Und dann packen wir jetzt noch die Kohle aus. Uh. Kohle auspacken. Nicht alles andere wegschmeißen. Jolchen. Jolchen. Was machst du denn wieder? Immer gespannt. Ähm. Habt man gar nicht in die Kommentare geschrieben. Was sagt ihr jetzt? Sieht das jetzt hässlich aus mit diesem Boden hier schon, oder? Sieht hässlich aus. Könnt ihr da einfach dann ganz viel Teppich drüber klatschen. Was haltet ihr denn davon? Ich kann doch da auch drüber springen. Äh. Hier muss ich hin. So. Habt man das auch. Habt man da noch eine Fackel rein. Dürfte es hier auch gleich ein bisschen heller werden. So. Da müssen wir hier dann noch irgendwie ein Zimmer finden, wo wir eine Treppe reinpacken. Da weiß ich noch gar nicht, wie wir das machen. Wo wir die Treppe reinpacken. Und wie die Treppe dann ausschauen soll. Wir könnten die Treppe natürlich auch hier weiterziehen. Und so in den zweiten Stock gelangen. Wäre eigentlich auch möglich. Könnten wir machen. Ich glaube, das machen wir auch. Ich glaube schon. Müssen wir mal gucken. Wäre cool, wenn man die Teppich auch an der Decke anbringen könnte. Natürlich, wenn wir jetzt den Boden zwei dick gemacht hätten, hätten wir hier auch was anderes als Decke verwenden können. Aber ich glaube, das könnte ganz cool ausschauen. Schauen wir einfach mal. Wenn es nicht gefällt, reißen wir es einfach wieder ab. Die Frage ist ja sowieso, wie oft werden wir uns hier drin aufhalten. Ich glaube, wenn es hier drin eingerichtet ist, könnte es durchaus ganz cool aussehen. Also, gucken wir mal. Das Haus hat mich jetzt erschrocken hier. Ich habe den Schatten vom Haus verhüllt und dachte, oh mein Gott, da steht jemand. Ja. Wir haben ja heute einen Adventskalender aufgenommen. Eigentlich hatten wir ja eine ganz spezielle Idee. Und habe dafür einfach mal eben kurz so drei Tage Nitrado-Server gemietet. Das geht ja relativ flott. Und drei Tage ist das Minimum, was man sich mieten kann. Und ich konnte einfach keine OP-Liste erstellen. Das hat nicht funktioniert. Dann habe ich die OP-Liste per Hand eingefügt. Der hatte auch nicht erkannt. Dann habe ich in den Server-Properties gesagt, okay, die ganze Welt ist eine Creative-Welt. Das hat auch nicht funktioniert. Also dann, da war ich echt dezent sauer. Naja, gut, sauer ist vielleicht jetzt das falsche Wort. Aber ich war halt schon echt enttäuscht. Weil da gibst du Geld aus für einen Minecraft-Server. Und vor allem hast du halt da vier Leute, mit denen du eben schnell was realisieren möchtest. Ich meine, es geht ja alleine schon darum, wenn ich dann irgendwann wieder Together auf dieser Welt hier starte, Nitrado da so buggy ist, bin ich echt darüber überlegen, irgendwann mal doch einen anderen Anbieter zu suchen. Ich hatte zwar mal jemanden, die wollten wir in den Server sponsern, aber das ist alles ein bisschen schlecht gelaufen damit. Weil, ähm, naja, sie haben mich dann irgendwann halt angeschrieben wegen dem TeamSpeak-Server, dass sie mir den jetzt sponsern würden. Weil ich halt gemeint habe, ja, Minecraft-Server ist cool. Ich brauche aber nicht so viele Slots, wie sie mir angeboten hätten. Die wollten mir extrem viele Slots anbieten. Ähm. Oh, aber TeamSpeak wäre ganz interessant. Das mit Minecraft hat er sich dann aber, glaube ich, irgendwie zerschlagen. Ich weiß selbst nicht so genau, wieso. Und dann ging es halt eben darum, dass sie ein TeamSpeak, äh, äh, machen möchten. Und so weiter und so fort. Und ich sollte die Unterlagen zugeschickt bekommen. Und es hat dann ewig gedauert, bis ich eine Rückmeldung bekam. Nachdem es ursprünglich hieß, sie hätten mich angeblich eh schon vor langer Zeit angeschrieben. Und würden es deswegen echt, äh, wollen es deswegen nochmal versuchen. Sie wollten sich wegen dem TeamSpeak-Server bei mir melden und so weiter. Ich habe keinerlei E-Mail eigentlich bekommen von denen. Und ich, äh, scanne mal, äh, ich sehe ja jede E-Mail in meinem E-Mail-Postfach. Und die werden alle in Ordner einsortiert. Und die werden alle, ähm, äh, äh, die im Spam-Ordner sind, werden angeschaut und so weiter. Da geht halt auch wirklich nichts unter. Und ich habe ja auch, äh, äh, mit der Suchfunktion nach der Adresse gesucht und habe die ganzen E-Mails durchgecheckt. Und da war halt wirklich keine drin, mal davon abgesehen. Das fand ich schon irgendwie ein bisschen schade. Uh, das sieht nicht gut aus. Außerdem ist es viel zu tief. Oje. Na gut, wenn jetzt dann hier irgendwann mal was drinnen ist, dann könnte man es vielleicht lassen. Aber, äh, das sieht schon grenzwertig aus. Na, da müssen wir jetzt die Decke tatsächlich mit Quarz machen, damit es gut aussieht. Oh, dann ist das jetzt natürlich ein bisschen schade. Das ist falsch. Ach, da oben gehört er hin. Oh, das ärgert mich jetzt schon wieder. Aber das sieht echt nicht gut aus. Das sieht echt nicht gut aus. Wie sieht es denn von oben aus? Der Boden wiederum wäre sehr, sehr schön, wie ich finde. Hm, wie machen wir das nun? Müsste ich alles um eins nach oben versetzen? Damit wir dann zwei, äh, hohen Boden machen können? Ja, wäre eine Idee. Aber Quarz müssen wir halt jetzt noch viel, viel mehr sammeln. Außer wir würden Schnee verwenden. Aber bei Schnee haben wir halt wieder das Problem, dass er halt nur in meinem Ressource-Pack wirklich weiß. Bei vielen anderen, nee, Leben war das, der in vielen Ressource-Packs nicht weiß ist. Und der Schnee sieht so aus von unten. Ach, das ist der Quarz, Entschuldigung. Darf ich das jetzt haben? Nicht, dann halt nicht. Äh, ärgerlich. Ja, dann reißen wir es jetzt nochmal ab, hilft ja nicht. Aber wir machen das anders. So, so geht es nämlich leichter. Und schneller, finde ich zumindest. So, und bequemer einfach. So, reißen wir es halt so ab. Äh, ist das schon wieder böse, blöd und doof und näh. Naja, auf alle Fälle war es halt dann so, dass sie mir dann eine E-Mail geschrieben haben, nachdem wir eben dann endlich die Kommunikation hatten. Ich hab mir schon gedacht, dass da, dass da wohl nichts, nichts mehr kommt. Ich glaube, ich hab die dann irgendwann mal angeschrieben, ob denn das Ganze jetzt noch aktuell ist. Und da meinten sie, ja, sie hätten mich schon längst angeschrieben gehabt. Und, ähm, dann meinten sie, ja, sie würden jetzt irgendwie einen Teamspeak-Server, würden sie mir gerne bereitstellen. Und, äh, ich glaub, das mit Minecraft, wie gesagt, war wohl scheinbar hinfällig. Ich glaub, das machen die dann doch nimmer oder so. Äh, und dann haben sie, hab ich mich halt noch kurz unterhalten, wie das Ganze dann funktionieren würde. Und so weiter und so fort. Auch noch von wegen, ja, wenn ich euch meine Adresse gebe, bitte unter Verschluss halten. Wobei das mittlerweile eh scheißegal ist, weil wegen Impressionspflicht weiß doch sowieso mittlerweile jeder, wo ich wohne. Ähm, und, ja, dann bekam ich dann die E-Mail. Ja, sie hätte, sie hätte jetzt schon mal alles schon mal vorbereitet. Ähm, sie würde schon mal den Server vorbereiten, dass er dann schon mal starten kann. Und die Unterlagen wären dann, äh, würde sie dann auch losschicken. Und dann kam sogar von deren System eine E-Mail, so, ja, die Unterlagen sind verschickt worden. Und dann hat's ewig gedauert, da kam keinerlei Rückmeldung. Und dann, äh, entstand aber schon der Troubletown TS. Und da hab ich die nur noch angeschrieben, so, ja, äh, hat sich erledigt. Besteht leider kein Interesse mehr. Ich hab eine andere, äh, eine andere Möglichkeit gefunden, die ich lieber wahrhaben möchte, weil es in Verbindung mit mehreren YouTubern ist und einfach viel, viel praktischer. Und, ja, dann war das Ganze auch vom Tisch, da hat's auch... Nein, 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 da hat, da kam dann auch erstmal keine Antwort. Genau, da kam auch erstmal keine Antwort. Ich erwähne natürlich bewusst keine Namen, weil das muss nicht sein. Ähm, das ist, ist egal, sonst, sonst heißt ich würde da jemanden schlecht drehen. Und das mag ich nicht, das ist nicht meine Art. Und dann kam da ewig keine Antwort, bis dann halt irgendwann so kam, so, ja, sie würden die Unterlagen jetzt verschicken. Und wo ich mir dachte, ihr habt doch die Unterlagen angeblich schon längst verschickt. Und hab dann nur noch gesagt, du, ich hab euch eigentlich schon geschrieben, dass sich das Ganze erledigt hat. Und, äh, ich weiß gar nicht, ob da nochmal eine Rückmeldung kam, aber das fand ich halt alles doch etwas schade. Es war wohl eine Firma, die zu viele Server, äh, äh, gemietet, gekauft oder wie auch immer haben, zu viel Kapazität und wollten das halt dann umwandeln und wollten halt ein bisschen in diesen Gaming-Bereich mit einsteigen. Ja, was soll man da grundsätzlich dazu sagen? Schade ist es schon. Und, ähm, deswegen hat sich das halt dann zerschlagen mit dem ursprünglich, was ich halt eben mal meinte, dass ich halt wohl einen Minecraft-Server zur Verfügung gestellt bekomme. Also, das ist der Grund, warum das doch nicht zustande kam. Schade, natürlich, klar. Aber, hey, es gibt, äh, Wichtigeres im Leben, als einen Server gesponsert zu bekommen. Ganz ehrlich. Ähm, es gab so schon immer wieder Leute, die mir angeboten hätten, dass sie, ähm, meine Welt auf ihrem Server laufen lassen würden, äh, äh, müsste nichts dafür zahlen und so weiter. Ist ein supernettes Angebot. Das Problem ist, ich hab das halt lieber in der eigenen Hand. Mal davon abgesehen, dass ich, äh, glaube ich, nicht unbedingt jetzt annehmen würde, wenn ein Zuschauer sagt, hey, äh, ich geb dir die vollen Zugangsrechte und, äh, äh, nehmen und, und mach das so, dass, dass er selbst keine Zugangsrechte mehr hat. Ähm, und ich muss nichts dafür zahlen. Würde ich auch nicht annehmen, weil, äh, Geld ist einfach viel zu wichtig, als dass man damit, äh, äh, als dass man es verschenken sollte. Mal davon abgesehen, aber halt auch eben dieses, äh, anbieten, den Server selbst zu hosten, ist halt so eine Sache, weil, ähm, ist die Welt dann weg. Muss ja nicht sein, dass es eine Absicht von der Person ist. Das kann ja auch ein Versehen sein. Oder einfach nur ein Serverfehler, wo die Person hat dann erst recht nichts dafür kann. Ähm, dann, dann, dann ist die Welt weg. Und, und lieber bin ich selbst schuld, wenn die Welt weg ist, als wie, äh, 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 dass da sich jemand anders plötzlich schuldig fühlen muss. Nee, nee, das muss nicht sein. Das sieht doch so eigentlich gleich viel, viel schnuckeliger aus. Da muss man Sand schauf... äh, äh, ist dann, sag ich schon, ähm... Hallo, Huhn! Müssen wir hergehen und müssen... ...Schneeschaufeln gehen. Genau. Dann hätten wir da anständig arbeiten können. Weil, Quarz, ganz ehrlich, so viel haben wir nicht. Ich hätte den Quarz hier normal lassen sollen, aber ich hab keinen normalen Quarz. Nee, Schmarrn, Schwachsinn. Gibt ja nur diesen. Es gibt noch einen anderen Quarz, der geht, aber ob das mit dem noch geht, dem gemeißelten, wird das nimmer gehen. Musste mal mit dem hier machen. Wie geht denn das gleich nochmal? So? Ich weiß gar nicht mehr, wie das ging. So? Wie ging das denn? Es gibt ja noch eine andere Art und Weise, wie man Quarz arrangieren kann. Das sind die Quarztufen. Wie ging denn das gleich nochmal? Jetzt bin ich aber wirklich schon blöd, ne? Ah, so geht er. Jetzt ist die Frage, mit dem geht's nimmer schade. Das wär eigentlich auch eine interessante Art und Weise gewesen, um den Boden oder solche Sachen zu machen. Nein, hilft nicht. Können wir nicht ändern. Hören wir das mal da rein. Dann holen wir uns mal den ganzen Schnee, den wir haben. So viel ist das zwar nicht mehr. Müssen wir nicht neu in den Schnee schaufeln gehen. Ach, Mist, die Kacke. Ja, wir müssen so viel holen gehen, von daher ist das auch schon wurscht. Und diese Schaufel hier, um die tut's mir eh nicht leid. Das ist ja eh nur eine Eisenschaufel. Und eine Eisenschaufel darf eigentlich ja gerne kaputt gehen, weil beim Schneeschaufeln, das ist schon ziemlich, ziemlich krass, wie viel Ressourcen man da eigentlich verbrennt. Das ist ziemlich heftig. Jetzt gehen wir kurz einmal ins Bett, damit die Viecher verschwinden. So. Peinlich ist das schon, dass ich die Zeit nicht richtig benannt habe. Typisch, Julia! So, jetzt gehen wir dahinter. Ja, ja. Kommt nur alle her zu mir. Damit ich, wenn ich das nächste Mal aufnehme, das auch ja nicht vergesse. Hab den Creeper schon gesehen, aber ich hoffe einfach, dass er mir nicht großartig folgt. Ich glaube, ins Wasser wird er aber nicht so großartig folgen, oder? Schwimmen, Creeper? Warum zur Hölle ist hier Erde? Hä? Irgendwas stimmt hier nicht. Warum ist das mit Erde ausgefüllt? Hier stimmt was nicht. Irgendwas ist hier seltsam. War das schon immer hier? Das, äh... Hm. Keine Ahnung. Ach, das ist falsch. Das war falsch. Da muss ich gar nicht hin. Ich hab keine Ahnung, was das hier soll. Ihr seht doch mal, wie schnell ich solche Sachen wieder vergesse. Hm. Komisch. Müssen wir auch irgendwann mal weiterarbeiten. Miau. Ist so cool, wie schnell man eigentlich Treppen steigt. Viel, viel schneller. So. Und hier können wir jetzt Schnee abbauen. Das ist natürlich eine ganz coole Sache. Und was hat das hier? Effizienz. Ja. Glück wäre natürlich auch cool. Ist die Frage, ob dann hier mehr Schneebälle entstehen würden. Das Problem ist, wir müssen halt warten, bis es wieder schneit. Beziehungsweise regnet, in Anführungszeichen. Dann könnten wir hier richtig schön weiter abbauen. Aber es sieht so cool aus, was die Fackeln hier für eine Wärme machen, dass hier kein Schnee liegen bleibt. diesen Stellen hier. Sieht irgendwie aus wie ein Muster. Aber dann wird diese Treppe hier, äh, diese, äh, Treppe, sag ich schon, diese Brücke hier auch mal wieder ein bisschen entschneet. Aber durch die Haltbarkeit, äh, äh, hält die Schaufel hier wenigstens auch lange. Das ist nämlich so ein bisschen ein Manko, dass hier beim Schneeschaufeln, was ja ziemlich, ziemlich schnell geht, das Ganze hier wenigstens, äh, 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 dass da die, die Schaufel ziemlich, ziemlich schnell kaputt geht. Ihr merkt ja, das geht ja extrem schnell. Jetzt wäre ich schon, ja, jetzt haben wir eh schon fast das ganze Inventar voll. Aber das Gute ist, dass ich glaube nur, ja, vier Schneehäufe, äh, vier Schneebälle brauche und nicht neun, um hier eben so einen Block zu machen. Aber ihr seht schon, wir haben jetzt noch nicht mal ein Stack. Ja, ist sehr cool, dass man hier das Pixel Art sieht, schon von hier aus. Das finde ich ziemlich cool. Wobei, auf der anderen Seite wäre es natürlich ein cooler Überraschungseffekt, wenn man es nicht sofort sehen würde. Naja, egal. Ich muss auf alle Fälle mich hier jetzt an dieser Stelle auch schon wieder verabschieden. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir sehen uns ganz bald wieder und tschüss! Bis zum nächsten Mal!